Energieschild Brauchen wir noch nicht Jetzt aber Wusste ich es doch So und weiter geht es Ich gehe mal hier einfach nach Ja nach Norden bringt ja eigentlich nichts Da gehen wir eigentlich aus den Aschelanden raus Ich gehe mal nach da Da ist einer von denen, der wird mich verfolgen Und deswegen bringe ich ihn um So Ja ne, hier ist einfach nichts Habe ich ja voll die Arschkarte gezogen Bin ich hier auf der Insel oder was Na ja gut Dann müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen über die Felsen klettern Kann das sein Oh Kein Platz im Inventar Ein Weichgewebe Oder Ja hier Gold Lass ich liegen So Gut Dann müssen wir wohl Oder übel Wieder durch die Felsen Aber wie Verdammt Scheiße Ich weiß nicht wo wir lang sollen Da ne Da Sehe ich einen Felsen Wo wir rüber gehen können Sehr gut Ich laufe mal hier schön Was ist denn hier Eine Höhle Was Fauliges Loch Was erwartet uns hier Ich hab übel Angst Man sieht ja gar nichts Hier wird nichts gedroppt Das droppt wahrscheinlich nur Knochen Knochenfragment Ich hab keine Lampen Also ich seh grad gar nichts Fauliges Loch Wow Aha hier wohnen die Morgen Guten Morgen Ja gut Tschüss Wie ne Trollhöhle Nur für morgen Ne Morgenhöhle Na komm Tschüss Oh Kra 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 Hier gibt es kaum was zu holen Leere Schädel Wie leere Schädel Was für leere Schädel Was labert er Keine Ahnung Ich hau mal ab Auch wenn die mich jetzt verfolgen Ich kann sie bestimmt Outsmarten Wenn ich hier einfach Über die Felsen jump Oh das ist doch nicht wahr Wir kommen überhaupt nicht voran Wo bin ich denn hier überhaupt Ich geh jetzt einfach hier rüber Ja da lang Ich versuch da mal rüber zu schwimmen Go 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 Komm schon Komm schon Komm schon Hoch da Hoch da Hoch da So Warten bis die Ausdauer aufgeladen ist Und Hoch geht's Ja und dann müssen wir hier irgendwie Vorbei ne Ach come on Weil wir müssen ja nach Süden Weiter nach Süden Haben wir ja einen beschissenen Platz hier Ehrlich gesagt Aber gut Müssen wir jetzt mit leben Da komm ich hoch Ich slide mal so rüber Oh hier schwimmen wir Ach so Ich dachte hier können wir wieder laufen Dann legt sie raus hier Mhmmm Verdammt Ich hab Oh 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 Ja das ist doch doof Mhmmm Hör doch mal auf mich zu treffen Verdammt Ich mach die Tür an und hau ab So Nicht getroffen Nicht getroffen So Und da komm ich hoch ne Nein komm ich nicht Scheiße Da komm ich nicht hoch Halt auf damit Ich laufe einfach mal. Oh, das finde ich jetzt gerade richtig nervig. Ehrlich gesagt. Weil, was soll ich denn jetzt machen? Sind wir hier festgestuckt? Auf dieser Insel, oder wie? Hier hoch. Halt. Erstmal raus aus dem Wasser. Raus aus dem Wasser. Raus aus dem Wasser. Nein. Ich sterbe. Ich sterbe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Ah. Nein. 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 Alles klar. Das ist ja richtig beschissen. Da muss ich jetzt mit dem Schiff weiterfahren. Verdammt. Na gut. Gute Nacht. Ja, guten Morgen. Verdammte Morgen. So. Och, come on. Wallheim, ey. Geht mir schon wieder allmählich ein bisschen auf den Sack. Bin jetzt schon wieder direkt gestorben. Aber da bin ich auch schon wieder wirklich umzingelt gewesen. Bin aber auch einfach reingerannt. Diesmal. Und ich werde außerdem Feuertrank nehmen. Heiltrank nehmen. Und mir meine Ausrüstung von oben schnappen. Wir gehen zur Rüstkammer und nehmen uns unsere Magie Sachen. So. Und den Stab. Feuerstab. Schildstab. So. Angezogen, die Klammern. Gehen auf die vier. So. Dann würde ich sagen, wir probieren es nochmal. Und ich muss einfach... Warte mal. Das mache ich jetzt mal kurz. Weil wenn wir dann da nachher umzingelt sind, wird das ja glaube ich schwierig. Weil das ist ja echt doof. Wir sind jetzt hier auf einer Insel. Da. Oh Mann. Also nach hier unten. Und dann mit dem Schiff weiterfahren oder wie? Ja ne. Ich gehe erstmal... Oh shit. Ich gehe erstmal hier hin. Hole unsere Leiche. Also hole unseren Stuff zurück. Und baue dann da ein Portal. Außerdem muss ich dort vor Ort diesen... Ähm... Spawner vernichten. Sonst sind es zu viele. So. Da lang. Schade ne. Ich habe auch gerade Adjektör verwendet. Aber gut. Ich habe ja gedacht, wir laufen durch. Die bringe ich mal um. Sonst ballern die ewig weiter. So. Du stirbst. Oh oh. Der hat einen Stern. Ich habe keine Tränke dabei. Entsprechend muss ich aufpassen. Ich habe dafür aber gerade frisch gegessen. Alter sind das viele Feinde. Come on. Haben sie schon echt übertrieben. Muss man wirklich sagen. Autsch. 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 Warum regenerieren wir so langsam Mana? Äh. Ich loch mal kurz hier hinter den Stein. So. So. Sehr gut. Dann kann der Scharfschütze nämlich nie ballern. Oh. So viel zu dem Thema. Ah gut. Ich habe Energieschild noch. Jetzt bist du dran. Tschüss. Und wo ist der mit dem Stern? Na komm. Hä? Keine Ahnung. Der kommt bestimmt gleich wieder irgendwo aus dem Off. Überraschung. Und dann steht er da. Hier kracht alles ein. Ach ich glaube von den Meteoren. Kann das sein? So. Meine Leiche ist da hinten irgendwo. Und da hole ich den Stuff erstmal zurück. Halt. Erstmal kümmere ich mich um die Viechers. Da war ein Spawner. Ah. Und dich bringe ich auch um. Bevor du mir gefährlich werden kannst. So. Mein Energieschild ist fast down. Kannst du das mal down kloppen bitte? Danke. Aufpassen. 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 Ich habe gerade kein Energieschild. So. Und. Piu. Und. Piu. So. Vorsichtig. Nicht dass wir nachher von einem umgestürzten Baum sterben. Das wäre so sehr ärgerlich. So. Energieschild. Wieder so ein Krieger. Okay. Ich glaube ich sollte mal den Spawner vernichten. Sonst kommen hier ewig welche nach. Ja. Das hat Prio. Komm. So. Gut. Dann kurz hier näher ran. So. Und. Bam. Alter sind das schon wieder viele. Holy shit. Ich verziehe mich. Alter Schwede. Ist das eine Armee der Toten. Das ist doch nicht wahr. Vor allem die mit den Steinen. Die ganze Zeit. Machen mein Schild die ganze Zeit kaputt. Jetzt kommt es schon. Huiuiui. 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 Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Energieschild. So. Ich mache erstmal den hier hinten. Den zuckenden. So. Ja komm. Da sollte ich vielleicht Feuerball verwenden. Damit die auch schön beide Damage kriegen immer. Und tschüss. So. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt nehme ich erstmal hier mein Stuff auf. Erstmal die Portalsachen. So. Und den Hammer. Wo kommst du denn her? Und dann baue ich hier mal kurz das Portal hin. Hä? Ah hier. Wo kommen die her? Ich habe die Spawner doch zerstört. Da kommt noch eine Armee. Ey. Jetzt reicht es doch aber mal langsam. Was ist das denn? Was ist das? Fünf neue sind es. Die habe ich doch gerade umgebracht. Oh Mann. So. Eine ordentliche Salve rein. Also manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl so die. Also so. Ja. Das ist dann schwer. Aber die Super Cracks. Für die ist das dann viel zu leicht. Lass es das mal noch schwerer machen. So. Mäßig. Lass es das mal so übel schwer machen. Dass es keiner schafft. So. Also sagen die Cracks das Spiel ist zu leicht. So mäßig. Wisst ihr was ich meine? Was soll das? Alter. Weil das ist doch nicht normal. Wo kommen die denn alle her? Ey. Okay. Gut. Was maule ich hier rum? Ändert doch nichts. Digi. Ey. Na gut. Dann geh weg. Schon ein bisschen genervt gerade. Von der. Von der erhöhten Schwierigkeit. Wie sie es nennen. So. Ordentliche Salve rein. Sämtliches Mana verbraucht. Und gerade mal ein Viertel von seinem Leben abgezogen. Da ist noch ein Feind. Oder? Nee. Okay. Das war nur ne. So ne. So ne Animation. Ich dachte schon. Alter. So. Dann gib mal sämtlichen Stuff her. Den ich hier ins Lootloch schmeiß. Das alles. Außerdem. Das. 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 Und den. Und den ziehe ich an. Und die Tränke packe ich hier wieder hier hin. Und das bringe ich erstmal weg. Weil den Rest werde ich mitnehmen. Nehmen. So. Rüber hier. Rein damit. Äh. Das. 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 Dieses hier. Dann den anderen Stuff. Den reparier ich mal fix. Den Magie Stuff. Und bring ihn wieder nach oben. Aber. Ich werde mir jetzt mal sparen. Es direkt anzulegen. Ich lege es einfach mal oben auf die Treppe erstmal. Flauschi. Warum so eilig? Was ist denn los? So. Hier hin. Und die Stäbe. Äh. Und jetzt geht er wieder nach oben. Sehr gut. Flauschi. Und Plusti. Na. Herrin der Treppen. Sehr gut. Ja. Da würde ich sagen. Äh. Wir gehen zurück. Halt. Soll ich das Schiff mitnehmen? Ja. Ne? Hm. Dafür müssen wir noch diese Scherben herstellen. Und ich habe auch letztes Mal die Dingens verloren. Wie heißen sie denn? Nägel. So. Und die Scherben waren, es waren 30 Stück. Und die brauchten schwarzen Marmor. Und herstellen. Weil dann müssen wir ja wieder in den See stechen. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber dann ist das so. Weil ich fühle mich immer so schutzlos. Vor allem wenn diese komischen Skelett-Drachenviecher da kommen. Wobei wir die glaube ich aber eigentlich platt kriegen. Warte mal. Haben wir noch Eisennägel? Nö. Also haben wir ja aber 17 Stück. Gut. Dann stelle ich eben 100 her. So. Gut. Hier hatten wir noch Stuff. Das war nur das hier. Und mein Food. Sehr gut. Dann baue ich mal das Schiff. Hm. Halt. Das baue ich hier nicht hier hin. Hier ist mir zu wenig. Place. Kriege ich das alles mit? Tatsächlich. 600? Ach. Wegen Leichenlauf. Jetzt aber schnell. Hm. Ich gehe mal nach hier hinten. Ja. Und dann da lang. Go 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 go. So. Schienenes. Schiff. Oh. Wobei das hier zu flach ist. Oh oh. Wow. Alter. Was geht denn hier ab? Ist ja gut. 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 Gut. Ich mache das mal hier hin. Nehme das auf. So. Hm. Hier ist doch kein guter Ort. Um das Schiff zu bauen. Warte mal. Ich mache mal. Die Workbench hier hinten hin. Hier so. Da ist auch flach. Dahin. Gut. Aber ich muss dann das Edelholz gleich holen. Nehme. Ich gehe jetzt erstmal nach hier oben. So. Nach hier hinten. Da komm. So. Und da kann ich dann Wasser. Nehme. Vor allem genau hier sind wir doch angekommen. Willst du mich eigentlich verarschen? Ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Oder soll ich da lang gehen? Das sieht vielversprechender aus. Hier kann ich da rauf. Darauf. Und dann hier hinten lang. Das mache ich. Sorry für das Hin und Hin. Ja. Aber irgendwie muss ich mir hier jetzt gerade zu helfen wissen. Deswegen. Warte mal. So. Schienes. Portal. Das Schiff holen wir später. Wenn wir es brauchen. Gut. In meiner Sicht haben wir es jetzt schon mal vorbereitet. Und haben hier alles direkt griffbereit. Das hier rein. Das. 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 Fehlt doch was. Fehlt da nicht was? Hä? Moment. Ich darf sich da hier so was. Eisennägel. Eine Ahnung war hier nicht. Ach ja. Weil hier normalerweise ein Zehner war. Zehner mit Holz. Stimmt. Aber den brauchen wir ja nicht. Also das hier rein. Federn weg. Und wir gehen erst einmal zu Fuß weiter. Mit Portal in der Tasche. So. Zack. 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 Gut. Wasser in der Hin und Her. Aber Hauptsache wir kommen voran. Also hier lang. Hier rüber. Und dann da drauf. Hm. Ja. Hier komm ich so nicht rauf. Moment. Ich geh mal nach da oben auf die Spitze. Hier. Energieschild. So. Hm. Da müsste ich landen, ne? Sehr gut. So. Ausdauer. Hm. Hier hoch. Und hier hoch. So. Dann sind wir hier drauf. Und dann kann ich da drauf landen. Slide. Slide. So. Da ist einer von denen. Um den kümmere ich mich mal, ne? So. Dann schützen. Weil der schießt ja mit Feuerbällen. So. Ja und sein Loot ist lost. Aber ganz ehrlich. Das ist mir gerade egal. Elementarmagie 38. Ja nice. Hm. Ja wie komm ich da jetzt rüber? Soll ich hier ein Schiff bauen? Und dann nach da. Richtung Süden. Und sobald ein Hässliger kommt. Einer von diesen riesigen Schlangen. Dann muss ich halt gegen die kämpfen. Ich probier's. So. Und verschiedenes Portal. Let's go. Ich glaube das hier ist ein geeigneter Ort. Könnten wir da so durchschippern. Ja los komm. Von diese ewigen Portalsequenzen. Die sind ja... Ihr seid ja davon verschont. Und ich muss mir die jedes Mal angucken. So. Und das Schiff bauen wir. Warte mal. Da ist die Kante. Ich geh mal... Und so. Irgendwie hier so hin. Wo ist denn vorne und wo ist hinten? Da ist hinten. Dann so. Probier ich mal. Sehr gut. Nirgends angeditscht. Das ist ein gutes Zeichen. Her damit und her damit. Das Holz haben wir nicht. Das ist ganz wichtig. Dass wir das mitnehmen. Oh. Der Loot schwimmt oben. Aber ich hab Angst ins Wasser zu gehen. Deswegen lass ich's. Oh ne. Sag nicht. Es ist gerade Nacht geworden. Ich spule das eben vor. Weil. Weil das. Jetzt nochmal zurückgehen. Und so weiter. Das ist dann glaube ich. Doch ein bisschen lästig für euch. Oder? Na komm. Jetzt lass es hier hinbauen. Sehr gut. Also bis gleich. So. Da bin ich wieder. Alle sieben Sachen eingepackt. Hab ich alles? Ja. Und wir können endlich los. Let's go. Hä? Achso. Jetzt. Och nö. Schon wieder genau gegenwind. Komm an. Da war das so klar. Oh. Man sieht gar nix. Das ist natürlich ärgerlich. Dass wir genau losfahren, wenn Ascheregen ist. Hm. Aber gut. Dann kämpfen wir uns mal durch. Ich scroll mal ganz raus. Wie immer beim Schiff fahren. Ah. So kann man ein bisschen besser gucken. Wo lang wir fahren. Ich fahr mal so. Wir haben Wind. Ich mach mal ein. Also Stufe 1. Segel auf Stufe 1. Da lang. Das sieht besser aus. Und sobald auch nur irgendein Feind kommt, bringen wir ihn sofort um. Oh. Ist das ein klobiges Ding. Dieser Wendekreis. Oh Mann. Nein. Oh Mann. Come on. Los. Dreh dich. Theoretisch könnte ich auch das vorspulen. Aber das lass ich jetzt mal. Mal. So. Bitte keinen Schaden nehmen. Das wäre auch nett. Wir haben Wind. Ich mach mal Highspeed, damit wir hier rauskommen. Und fahre nach da. Das sieht nämlich aus, als ob wir da durchkämen. Ich mach mal Highspeed, damit wir hier rauskommen.